Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Feldmann. Ich bin Produktmanager bei Hesse. Man nennt mich intern auch Mr. Fantastic. Stell dir vor, du musst in zwei Tagen ein bereits aufwendig produziertes Möbelteil an einen deiner besten Kunden liefern. Du kennst den hohen Anspruch deines Kunden. Er wünscht eine Oberfläche in Vollendung. Sicherlich hast du jetzt schon in Gedanken vor Augen die einzelnen Arbeitsschritte, weil du nämlich als erstes den Füller auftragen musst. Anschließend erfolgt eine Trocknung von mindestens sechs Stunden. Anschließend der Füllerschliff. Jetzt nochmal die Lackierung mit Füller und wieder eine Trocknung von sechs Stunden und wieder der Füllerschliff. Erst jetzt die Lackierung mit dem eigentlichen Farblack und weil der Farblack transparent ablackiert werden muss, wieder eine Trocknung von zwei Stunden. Und wieder der Lackschliff. Erst jetzt die Lackierung mit dem transparenten Klarlack. Und das wächst dir vermutlich alles über den Kopf. Aber da habe ich eine Lösung für dich. Fantastic Fill und Fantastic Color. Beide Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt. Du trägst einmal Fantastic Fill auf und du brauchst weniger Schleifen, weil der Füller einfach glatter ist. Du hast eine Trocknung von zwei Stunden. Jetzt folgt der Schliff und jetzt noch einmal Fantastic Fill. Eine Trocknung von zwei Stunden. Der Schliff. Und jetzt die Lackierung mit Fantastic Color. Fantastic Color hat eine hohe Farbgebung. Dadurch erreichst du mit einem Auftrag die nötige Deckkraft. Fantastic Color braucht nicht mehr transparent ablackiert zu werden. Farbgebung und Endqualität sind in einem Produkt. Und deshalb ist dieser Aufbau Schnee von gestern. Mit Fantastic Fill und Fantastic Color bist du spürbar schneller unterwegs. Du sparst Zeit und Ressourcen. Probier es doch einfach mal aus. Viel Erfolg dabei.